Die Telematik-Infrastruktur soll zukünftig alle Beteiligten im Gesundheitswesen, also Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser, die Apotheken und die Krankenkassen miteinander vernetzen. Der Heilberufsausweis, kurz auch EHBA, fördert die Digitalisierung der Praxen und bietet einen sicheren Zugriff auf die Telematik-Infrastruktur und auch auf die elektronische Gesundheitskarte. Mit der Karte, also dem EHBA, werden die Datensicherheit und der Datenschutz tatsächlich erhöht.